Guten Morgen aus Vicuña. Gestern hatten wir ja einen freien Tag nach der großen Passüberquerung vom Vortag hier in Vicuña. Also freier Tag bedeutet, man hat hier zwar Exkursionen, aber man muss sie nicht mitmachen. Ich habe beide mitgemacht, war in der Bisco-Brennerei und am Abend waren wir beide dann noch in so einer kleinen Sternwarte, die mehrere Astronomie-Studenten hier in der Nähe vom Ort Vicuña haben, haben uns das noch ein bisschen angeschaut. Ja, war ganz witzig. Und Vicuña haben wir gestern auch noch ein bisschen genossen und sind ein bisschen hier durch den Ort gelaufen. Schönes Städtchen, 11.000 Einwohner und umgeben von ziemlich vielen Rebstöcken und weiter oben von Kakteen. Die Rebstöcke, die werden verwendet, um hier Pisco zu brennen und Pisco das Nationalgetränk von Chile und auch von Peru. Wer es erfunden hat, man weiß es nicht genau. Jedenfalls beanspruchen es beide Länder für sich. Kleines Mitbringsel aus der Brennerei. Kapell heißt das, das ist so eine Kooperative. Bisco Sour, das ist eigentlich dann wirklich das Nationalgetränk, nicht der Pisco Pur. Bisco ist ein Weinbrand vergleichbar mit Mar, Champagne oder Grappa. Und ja, gestern haben wir mal einen Pur probiert, der war jetzt nicht so prickelnd. Aber mit Limettensaft ist der echt prima. Übrigens, das hier ist nicht etwa mein Arbeitsplatz, sondern das war unser Campingplatz für die letzten zwei Nächte. Sieht ein bisschen aus wie ein Gefängnishof, fühlt sich aber nicht so an. Praktikabel hier mitten in der Stadt und erstaunlich ruhig und sicher. Mehr braucht es eigentlich nicht. Noch ein Wort zum heutigen Fahrtag. Der ist relativ einfach erklärt. Hier von Vicuña geht es nach Baja Inglesia und das ist am Meer. Wir werden heute Abend direkt am Strand stehen. Und damit ihr euch noch ungefähr vorstellen könnt, wo wir jetzt sind. Ja, wir kämpfen uns langsam nach Norden. Und heute 464 Kilometer. Davon ungefähr 400 Richtung Norden. Wir sind jetzt also wirklich bald auf der Nordgrenze von Argentinien. Aber Chile geht natürlich noch ein Stück weiter Richtung Norden. Geht nochmal ungefähr 500-600 Kilometer weiter nördlich. Also Bolivien und Peru rücken langsam in Sichtweite. Ja. 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 ölgesellschaft von chile der das größte tankstellen netz und eigentlich auch die schönsten tankstellen und was heute auch wieder gekauft haben und gerade haben nachfüllen lassen vom tankwart ist ad blue und die letzten circa 7000 kilometer haben wir jetzt neun liter ad blue gebraucht also der kanister ist nicht ganz leer wenn wir noch 30 liter an bord und hoffen mit diesen 30 litern dann in peru und in bolivien über die runden zu kommen der verbrauch ist etwas höher von dem ad blue und ich nehme an das hat nicht mit der diesel qualität zu tun die ist nämlich gut hier in chile sondern eher mit der belastung jetzt über die paar straßen oder bei starkem wind wir haben auch ein etwas höheren kraftstoff verbrauch und somit braucht es auch mehr ad blue so einfach ist das ansonsten tanken hier in chile ähnlich wie in argentinien sowohl was den service an betrifft als auch den preis der liegt ungefähr bei einem franken oder leicht unter einem franken sogar oder bei halt 80 85 90 euro cent also man kommt da recht gut über die runde bis zum nächsten mal Die Atacama-Wüste, die gilt ja als eine der trockensten der Welt und so sieht das hier aus. Ziemlich sandig. Ein Phänomen aus Argentinien, das gibt es auch hier in Chile. Sozusagen alles ist eingezäunt, alles ist Privatland. Was man mit diesem Sandhaufen jetzt anfangen will, sei dahingestellt, aber es gehört jemandem. Wir nähern uns unserem Zielort, Bayer Iglesia und irgendwo dort links in dieser Wucht ist dann unser Standplatz gleich. Ja, schlecht stehen wir nicht hier, kann man nicht sagen. Gell, kann man sich, das kann man sich hier antun hier. Temperatur 20 Grad, leichter Seewind und die Sonne ist da noch so ein bisschen hinter den Wolken im Moment. Aber das könnte sich noch durchaus verbessern. Die Farben des Meeres, ein schöner bunter Salat. Na gerade sehr warm ist es nicht. Die rote Fahne ist oben, warum auch immer. Und ich denke, man könnte sich dran gewöhnen. Kann man machen. Nach einer gewissen Gewöhnungszeit ist es gut. Mehr Informationen auf dennoch recon 알고. Aber das ist die Kinde des Meeres, die Eismannszeit ist es gut. Und es reicht, wir haben eine Angelegenheit, in der Weihse, die Eismannszeitung, die mir erhaltende. Dichterасen ist es gut! Und es ist eine Angelegenheit, die wir in der Nähe von der Weihse und der Weihse, die wir in der Nähe von uns. Hier ist eh eine Angelegenheit. Dichteradaatung! 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 Dichteratung!